Können wir Sie fragen, was Sie davon halten, wenn es Versicherungen gibt, die man nur noch im Internet abschließen kann? Also so ganz ohne Beratung? Nein, das finde ich nicht okay. Das finden Sie nicht okay? Ich finde es immer nett, noch mit einem Menschen zu sprechen, wenn ich Fragen habe. Viele Probleme sind dann wirklich direkt im Gespräch zu klären. Manche wissen ja gar nicht, was sie brauchen, da wäre das schon gut. Würde ich niemals tun. Würden Sie niemals tun? Ohne irgendwie was abzuschließen, mich beraten zu lassen. Nein, weil ich finde, da sollte man auch nochmal mit einer Person sprechen, die ja von Ahnung hat. Weil nur im Internet mit durchlesen, ist doch noch was anderes, als wenn man darüber spricht mit Menschen. Das sollte man nicht machen. Ich selber würde sagen, eine Beratung. Wenn es Versicherungen gibt, die man nur noch im Internet abschließen kann? Oh, finde ich ganz schlecht. Nicht gut? Zu gefährlich. Zu gefährlich? Und das ist nicht gut für den Privacy. Bloß Internet, nein. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich ganz gerne mit jemandem sprechen. Noch mehr Arbeitsplätze verloren, alles nur aufs Internet, ist richtig. Geben Sie unsere Meinung einfach weiter. Das ist prima. Vielen Dank. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020